Wie ist es euch beliebt und wenn ihr ihnen zuhört, dann macht das auch so, ist mir scheißegal, ey. Hauptsache, ihr guckt es euch, Hauptsache, euch gefällt, was ich mache und das reicht mir. Mehr will ich doch gar nicht. Hauptsache, ihr habt gefallen an meinen Videos und dann ist die Welt für mich auch schon in Ordnung. Mehr ist gar nicht mein Ziel. Shit happens. Ich habe jetzt noch eine ganze... Oh, Alter. Puh, Herzinfarkt. Herzinfarkt, ey. Was ist denn das, Drecksvieh? Alter. Alter Schwede. Nee, so geht das nicht weiter hier. Ein paar Fakkeln kann ich mir noch machen. Das ist ja schon mal was. So, ein paar Fakkeln wenigstens, die kann ich noch ein bisschen erkunden. Das war jetzt auch klug. So, wo seid ihr? Nein, nein, nein. Das ist das Gesicht. So, wo ist das? Wir sind hier zimt. Hallo? 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 Wo seid ihr? Oh, Lava. Lava und Obsidian. Oder ist da gar kein Achi-Richt? Scheiß drauf drauf. Das ist mir doch egal, was da ist. Und wenn da Gold... Okay, das wäre mir vielleicht nicht egal. Und Gold ist hier auch nicht so wichtig. Gold ist hier nicht so, dass... Der wichtigste Rohstoff als Rüstung kann man es nicht mehr verwenden. Die Spitzhacke schaufe und bla bla bla. Würde total schwer in den Arsch gehen. Gold kann man sogar zur Not noch liegen lassen, es sei denn, man würde eben Goldäpfel haben. Die brauche ich auch nicht zwangsweise eigentlich. Obwohl, es ist... Nein, der Schei... Oh, besser. Das ist eigentlich auch... Aha, da haben wir ja ein Kumpelchen. Na? Haben wir dich... Haben wir dich erwischt? Haben wir dich erwischt, du kleines Klepp? Haben wir es doch tatsächlich geschah. Ja, und... Alter, was ist denn hier los, manchmal? Der manchmal... Hallo? Seht ihr das? Ich bewege gerade nicht, wie ich... Ich drücke gerade keine Taste. Was ist das? Hallo? Hallo? Jetzt geht's noch. Das ist mir suspekt. Hallo? Hä? Wieso läuft der permanent nach links? Hallo? Äh, rechts. Nicht links, aber... Hallo? Geht's noch? Alle Tassen im Schrank. Du bist kein Krebs. Komm mal runter. Hallo? Alter? Ey, geht's noch? Das finde ich gerade echt nicht lustig. Was ist das für ein Scheiß? Ich drücke echt wirklich gerade keine Taste. Ich bewege nur die Maus. Alter, was ist das? Äh... Hallo? Hallo? Oh, jetzt geht's wieder. Komisch. Was ist das denn für ein Bug? Hm, muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich nicht verstehen, oder? Ich dies nicht verstehen. Ui, you gotta jump in. Wir sind der Jumper. Er ist mit dem Bug. Ist mir suspekt. Versteh ich nicht. Hm. Kann das denn so sein? Das muss ich auch noch nicht verstehen. Das ist mir auch... Latte, Wayne, wie auch immer. Und dann latschen wir jetzt mal wieder nach oben. Nee, sieht irgendwie auch stumpf aus, ne? Das sieht man in seinem Keller. Ja, ich... Dann lass ich mir vielleicht noch so einfallen. Das lassen wir wahrscheinlich irgendwie einfach verschwinden. Mit ein bisschen, äh... Oder das sag schon clean sound. Aber gut. Das soll nicht euer Problem sein. Dies ist, äh, mein Problema. Und nicht eure... Alter, hallo? Wo hast du noch alle Tassen im Schragen? Wo kommst du denn her? Ich sag nicht, dass es hier zu dunkel wäre. Das will ich nicht. Oder sonst hinterher. Hm. Ähm, ja. Gut, wenn es hier zu dunkel wäre, wäre es echt ärgerlich. Eigentlich wollte ich diesen Raum ja so noch ein bisschen gestalten. Ich weiß bloß gerade nicht, wie genau ich das noch machen. Ich wollte ja eigentlich irgendwie so Steinmauern durchziehen. Also irgendwie so... Quasi, man kommt hier so rein. Hier geht es nur noch. Und hier ist einfach stumpf quasi. Oder hier ist irgendwie so... Hier so... Eingangsmäßig. Und dann, äh, es ist irgendwie alles... Alles Kacke. Oh, Kacke. Nein, und, äh... Dann würde ich ja sowieso noch hier... Quasi irgendwie so ein bisschen... Bibliothek-mäßig machen. Irgendwie, also, dass wir... Äh... Verzaubern können. Und hier quasi noch so ein bisschen... Was wollten wir denn da noch machen? Lager? Ne. Doch, ich wollte auch noch Lager machen. Äh... Lager, Bibliothek und... Ja, mal gucken, was noch so kommt. Das weiß ich noch gar nicht. Da lasse ich mich überraschen, was mir noch so viele Ideen in den nächsten Tagen vielleicht einfallen werden. Das ist, äh... In ganz meiner Fantasie ballassen und... Super Sand, ey. Das ist eine super Voraussetzung schon. Ah, äh... Kacke... Das ist doch Kacke... Kacke, klack, dass da Wasser kommt. Super. Äh, dieses Wasser, ey. Ist da jetzt so mega. Äh, auf jeden Fall... So ungefähr oder so ein bisschen soll das werden. Und dafür bräuchten wir eigentlich noch ein bisschen Bambus. Und den müssten wir uns dann eigentlich auch sammeln irgendwie. Aber irgendwie hab ich da jetzt so ein bisschen noch eine Plantage dafür anlegt. Und öh, und bla, und bi, und blub. Und so weiter und so fort. Und, äh, dann ist alles Mord. Und ja, und... Tralala, und Trililu. Und ach, ich laber hier schon der Scheiße. Weil ich nichts besseres zu tun hab. Und eigentlich würd ich ja... Jetzt voll gern Redstone haben. Hab ich aber nicht, weil ich ein armes Junge bin. Armer, kleiner Junge bin ich. Der nichts zu melden hat. Der sich hier vielleicht noch mal ein paar Stickys bastelt. Und noch ein paar Fackeln bastelt. Aber sonst auch nichts machen kann, weil... Ist so, halt. Weil ist so. Die Standardbegründung. 48 Fackeln. Hm. Redstone, 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 egal. Ah, oder Latsch will jetzt noch wieder ein bisschen in Höhe. Hm. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Letzt und prinzipiell wäre ja eigentlich jetzt schon nicht schlecht. Man könnte sonst natürlich auch erstmal die Umbusse bauen von dem Feld. Voll je nachdem, wo wir es auch hinhaben wollen. Also, die direkt neben das Haus oder auf die andere Seite. Was ich mir jetzt auch noch gerade gut vorstellen könnte, wäre eigentlich, wenn wir da unten den Keller. Ah, da gibt es dann so eine Höhle, ne? Neben den Höhleneingang vielleicht noch so. Dass man sich hier so auf dieser Höhe so rüber baut. Und dann quasi auf dieser Seite hier das Feld baut. Hier so. Und das dann so unterödisch miteinander verbindet. Das könnte ich mir noch relativ gut vorstellen eigentlich. Das hätte sogar was. Das lässt sich bestimmt arrangieren. Das hätte ich dir ja gerade nicht. Aber eher so.